Ja, die willkommen gleich alle ihre Paketchen mit Körbchen, Alphamäppchen, Eröffnungsmappe und natürlich auch nochmal ein Herzlich Willkommen-Schild. Möchtest du deinen Arbeitsplatz sehen? Gerne. Ready? Dann darfst du mir einmal folgen und deinen Arbeitsplatz gerne besetzen. Dankeschön. Herzlich willkommen an deinem neuen Arbeitsplatz. Dankeschön. Herzlich willkommen. Ich bin ein bisschen überwältigt. Okay.